Hallo, mein Name ist Dr. Sio Schrasaf und in den letzten Videos hatte ich mich mit fachlichen Themen wie dem Zahnfallschlifting, den Implantaten oder auch dem Veneers auseinandergesetzt. In dem heutigen Video soll es um ein Thema gehen, was uns jeden Tag erneut beschäftigt. Patienten kommen zu mir in die Praxis und fragen mich, was ist die richtige Zahnpasta? Warum soll ich die nehmen und warum soll ich die andere nicht nehmen? Also bin ich heute in meiner Mittagspause in die Drogerie gelaufen und hatte genau 30 Euro dabei und konnte sage und schreibe 14 Zahnpasten von den 30 Euro kaufen. Was mich total beeindruckt hatte, war die immense Auswahl an verschiedenen Zahnpasten. Also bin ich einfach an das Regal gegangen und habe wahllos irgendwelche Zahnpasten aus dem Regal gepickt. Als ich dann die jeweiligen Zahnpasten in der Praxis ausgepackt hatte, fiel mir auf, dass von den 14 Zahnpasten 13 Fluoridhaltig sind. Fluorid, nicht Fluor. Fluor ist ein giftiges Gas und Fluorid ist das negativ geladene Ion, welches in Verbindung mit Natriumfluorid ein relativ harmloses Salz ergibt. Doch wie funktioniert das mit dem Fluorid? Welche Aufgabe hat es? Fangen wir anders an. Der Zahnschmelz besteht aus einer Gitterstruktur. Wenn wir also Nahrung im Mund zerkleinern, das ist also der erste Schritt der Nahrungsverdauung, dann spalten Bakterien Zucker und Kohlenhydrate auf und dabei entstehen Säuren. Durch das saure Milieu im Mundraum wird der Zahnschmelz und die Gitterstruktur angegriffen und dadurch werden Phosphate und Calcium-Ionen quasi rausgelöst. Das macht den Zahn anfällig für eine Karies. Dieses Herauslösen nennt man Demineralisation, weil Mineralien quasi entzogen werden. Das Fluorid bewirkt aber jetzt genau das Gegenteil. Das bewirkt, dass eine neue Anlagerung von den verloren gangen Mineralien in die Gitterstruktur kommt. Das festigt auch wieder diese Gitterstruktur und somit stärkt es auch den Zahn. Nun noch ein paar kurze Fakten zum Thema Fluorid. Fluorid senkt das Karies-Risiko um 40%. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass die Karies erkennbar zurückgeht bei Verwendung von anderen Inhaltsstoffen. Das gibt es bis dato nur bei Fluorid. Jetzt gibt es ja auch noch das Thema, dass Fluorid giftig ist. Was geschieht, wenn man zu viel Fluorid zu sich nimmt? Wenn wir im Kindesalter zu viel Fluorid zu uns nehmen, das heißt, wenn man die Zähne mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta putzt und vielleicht noch zusätzlich vom Kinderarzt Fluorid-Tabletten verschrieben bekommt, dann kann es bei den bleibenden Zähnen zu sogenannten Fluorose-Flecken kommen. Das sind weißliche Flecken, die aussehen wie so ein Schneekristall. Das ist ästhetisch eine kleine Beeinträchtigung, aber nicht weiter schlimm. Kann Fluorid denn giftig sein? Können wir uns richtig vergiften dadurch? Also in Deutschland ist durch das Trinkwasser nicht fluoridiert. Wir haben das Mineralwasser, das enthält teilweise Fluorid und die Zahnpasta. Aber ein erwachsener Mensch, der 60 Kilogramm wiegt, müsste tagtäglich ca. 20 Tuben Zahnpasta essen, um annähernd an die Grenzen zu kommen, wo Fluorid giftig ist. Also ihr seht, das macht eigentlich keinen Sinn. Nach meiner Empfehlung, wenn mich jetzt Patienten fragen, welche Zahnpasta ich Ihnen empfehle, sage ich, ein Erwachsener sollte eine Zahnpasta nehmen, die 1000 bis 1500 ppm, Parts per Million, Fluorid enthält. Und dann sucht euch diejenige aus, die euch am besten schmeckt. Ich möchte aber keinen belehren, dass man unbedingt jetzt die fluoridhaltigen Zahnpasten nehmen soll. Es gibt auch Patienten von mir, die sagen, sie putzen mit fluoridfreier Zahnpasta. Das sollen sie gerne machen. Es ist jedem selber überlassen. Ich wollte heute halt in dem Video euch meine Meinung mitteilen. Und das Einzige, worauf ihr bitte achten solltet, ist, wenn ihr Weißmacher Zahnpasten liebt, lasst die bitte sein, denn nehmt lieber eine Zahnreinigung mehr. Dadurch macht ihr die Zähne nicht so kaputt, wie durch die Weißmacher Zahnpasten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war sehr informativ für euch. Ihr könnt mir das gerne in den Kommentaren niederschreiben. Ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, über welches Thema ich das nächste Mal ein Video drehen soll. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald. Bis dann.